ÖST Maschinenbau, ein Geschäftsbereich der ÖST Gruppe, entwickelt und produziert Anlagen zum Pumpen, Mischen, Dosieren und Auftragen von Klebstoffen, Lacken und anderen chemischen Verbindungen. Unsere technologisch führenden Anlagen arbeiten im Ingenieurholzbau, bei der Herstellung von Plattenwerkstoffen und in der Möbel- und Türenindustrie. Wir liefern auch automatische Auftragsanlagen für die Großflächen- und Konturbeleimung im Fahrzeug- und Karawanbau sowie für die Sandwich-Elemente-Industrie. Alle Maschinen werden bei uns entwickelt und gebaut. Mit modernster CAD-Technik entstehen Lösungen für heutige und zukünftige Produktlinien. Flächen- oder Keilzinkenbeleimung, Ein- oder Mehrkomponententechnik. Wir liefern und installieren die passenden Anlagen exakt auf dem Produktionsbedarf abgestimmt. Als Einzelanlage oder eingebettet in vollautomatische Fertigungsstraßen. ÖST Maschinen sind international gefragt. Die Exportquote liegt bei über 80 Prozent. Wir sorgen für feste Verbindungen. Nicht nur bei Holz, auch bei Glas, Kunststoff und Metall.